Moin und herzlich willkommen zu Geische Schaar's Feinem Podcast mit Jörn Schaar. Ja, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich auch nicht. Nee, stimmt. Aber du bist wieder da und diesmal sogar mit Absicht. Nicht so zufällig wie letzte Woche. Ich bin immer mit Absicht da. Aber diesmal möchtest du auch was beitragen, hast du erzählt. Also ich hatte zumindest vorher den Eindruck, jetzt schwindet das gerade so ein bisschen. Ja, ich muss kurz, mein Piercing drückt mir gerade am Kopfhörer Dings. Ich muss mich kurz hinterm Ohr kratzen, wie ein Hund. Lustig, dass du das Stichwort sagst, denn über Hunde wollten wir auch sprechen. So hast du es mir aufgeschrieben. Was? Ich habe dir gar nichts aufgeschrieben. Stimmt. Es ist alles nur in deinem Kopf. Ich mache das alles freiwillig. Ja. Ja, warum wollten wir über Hunde sprechen? Weil Hunde super sind, vor allem unser Hund. Kleine Lexi. Und ja, ich habe meinen Twitter-Followern und Followerinnen das versprochen, schon vor einiger Zeit. Wochen. Schon vor Wochen versprochen. Ja, ich wollte nicht Wochen sagen, weil ich dachte, das klingt dumm, weil es sich reimt und jetzt hast du es doch gemacht. Ja. Und zwar habe ich am 2. März ein Tweet getweetet mit folgendem Wortlaut. Ich bin so gespannt. Kleines Ratespiel. Wo macht der Hund es sich gemütlich? A. Im billigen alten Plastikkörbchen mit alten Decken. B. Im neuen teuren Hundebett mit Memory Foam Schaummatratze. Oder C. Auf dem Boden dazwischen. Na, was meint ihr? Und habe dann in einem kommentierten Retreat die Auflösung in Gische Schaßfein Podcast versprochen. Und hier sind wir. Und da sind wir natürlich. Ah, Hundesachen. Ja, wir haben ein neues Hundekörbchen gekauft für den neuen Hund. Wir. Ich habe es ausgesucht, du hast es bestellt. Insofern haben wir es gekauft. Im Gegenwert einer Tankfüllung. Ja. Naja. Also bei mir ist es ja so, mit Hundesachen. Ich kaufe ja gerne Sachen für den Hund. Das stimmt. Und der Mann darf es nicht mehr kommentieren. Nein, das stimmt nämlich auch. Also Jörn hat das manchmal ein bisschen kommentiert. Und dann hat er dafür einen kleinen Anschluss von mir bekommen. Ja, und ja auch nicht ganz zu Unrecht. Denn wir sind uns einig darüber. Ich gebe durchaus auch hier ein bisschen Geld aus für Technik-Sachen. Und Golf-Sachen. Und Golf-Sachen. Und mein Hobby ist halt, ich habe halt keine Hobbys. Mein Hobby ist insofern der Hund. Und ja, ich kaufe manchmal keine Dinge für den Hund. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen so ein kleiner Messi und so ein bisschen mit Nachhaltigkeit und so. Und deswegen bewahre ich auch gerne. Ein Nachhaltigkeits-Messi. Ein Nachhaltigkeits-Messi. Ich bin ein reiner Nachhaltigkeits-Messi. Und sie meinen nicht den Fußballspieler. Das gibt es doch immer bei dem Podcast alles gesagt. Bei diesen schnellen Fragen immer. Ja. Messi oder irgendwas. Messi oder Kondo. Und dann Messi oder irgendein anderer Fußball. Kondo wahrscheinlich, ja. So. Das ist ein Podcast-Tipp für heute. Wird alle Folgen von alles gesagt. Ja. Kennt keiner vorher. Alle kennen das, ne? Ja. Okay. Alle. Vielleicht nicht. Ja. Alle kennen aber auch nicht. Warum ist hier das größer und da kleiner? Weil du so viel lauter sprichst als ich. So viel lauter. Das ist meine? Ja. Oh. Okay. Auf jeden Fall habe ich hier die Auflösung versprochen. Antwort C. Auf dem Boden dazwischen habe ich natürlich nur zur Verwirrung eingeworfen. Weil hätte ich nur gesagt, in einem alten oder neuen Körbchen, hätten natürlich alle gesagt, klar, in einem alten Körbchen. Sonst würde sie es ja nicht twittern und so. Deswegen auf dem Boden dazwischen. Die liegt auch mal auf dem Teppich. Und die liegt ja überall gerne mal. Und ja, wie ist es mit dem Körbchen jetzt? Wir haben dieses Körbchen bestellt. Ich suche da noch immer stundenlang. Und vergleiche und hin und her. Und wenn man dann nach Hundebetten guckt, dann landet man ja zuerst bei den Saabro-Betten. Zum Beispiel der Kudde. Liebe Grüße an Menschen, die mir schon erzählt haben, dass die natürlich auch das Kudde von Saabro haben. Was so der Rolls-Royce unter den Hundebetten ist. Da war ich dann auch ein bisschen zu. Das ist so wie junge Mütter auf einmal bei Bugaboo oder wie dieser Edelbuggy heißt. Ja. Ja, so ähnlich. So ist das auch mit Hundebetten. Naja, aber tatsächlich hatten wir halt noch das alte Körbchen von Molly. Und manche Sachen von Molly haben wir auch aussortiert und so. Und manches wollte ich auch neu kaufen. Aber bei anderen Dingen bin ich dann wieder so, man kann das auch noch benutzen. Und das Körbchen haben wir halt erstmal auch behalten. Und du willst ja auch einen Hund erstmal kennenlernen. Wie ist der überhaupt so drauf? Was braucht er überhaupt? Muss man ja nicht irgendwie direkt tausend Sachen kaufen. Bei Lexi ist es jetzt so, die liebt es total, sich irgendwo anzukuscheln. Also irgendwie auch, wenn sie bei uns auf dem Sofa, ja der Hund darf natürlich auf dem Sofa, wenn sie bei uns auf dem Sofa liegt. Dann liegt sie gerne so am Kissen oder an der Wand quasi oder wie heißt das? Rückwand vom Sofa? Lehne. Ah, ja das ist das Fachwort, danke. Und lehnt sich da an und deswegen war da… Deswegen lehnt sie sich an der Lehne. Ja, schlau. Ja, Molly war halt immer mehr, sie wird lieber mehr so auf dem Teppich gelegen oder auf einer großen Decke oder so. Die war nicht so mit so reinmuckeln. Das stimmt. Lexi muckelt sich immer gerne irgendwo rein. Sie ist eine reine Vermugglerin. Und legt auch ihren Kopf gerne etwas erhöht ab, so wie auf einem Kopfkissen. Deswegen wollten wir natürlich auf jeden Fall so ein Körbchen haben, was auch so eine Umrandung hat. Und das Kudde ist tatsächlich, da ist diese Lehne quasi an der Seite gar nicht so hoch. Schon scheiße. Und dann habe ich quasi, was ist so eins unter Holz rollt? Mercedes. Nee, ich weiß nicht, ich kann mich nicht aus mit Autos. Auf jeden Fall habe ich dann dieses schöne Hundebett von Knuffelwuff gefunden. Darf ich das sagen? Ja, natürlich darfst du das sagen. Wir werden nicht gesponsert von denen. Ich habe in meinem Podcast-Blog auf jörnschar.de gerade kürzlich einen Artikel darüber veröffentlicht, was eigentlich Werbung ist und was nicht. Du schreibst immer noch deinen Blog? Ja. Das ist so 90er. Über Podcast-Themen. Krass. Ja. Das ist immer trotzdem 90er. Und um es kurz zu machen, wenn man einen Markennamen oder ein Produkt erwähnt, weil man davon begeistert ist und es einfach gut findet oder weil es halt einfach im Gespräch so aufkommt, dann ist das keine Werbung. Wenn jetzt aber die Hersteller dieses Produkts, die Firma, die das gebaut hat, sagt, ist ja nett, also hier ist ein tolles Hundebett, könnt ihr haben, Hauptsache ihr sprecht im Podcast drüber und ihr dürft dann das nach dem Testen auch behalten. Das ist dann Werbung. Und weil wir das ja nun selber gekauft haben und du ein Fan davon bist, ist es vollkommen in Ordnung, dass du das erwähnst und wir müssen das nicht als Werbung kennenlernen. Genau. Also ich bin Fan vom Knuffel-Wuff-Hundebett. Ich finde den Namen auch super. Und tatsächlich, um zu meinen Tweets zurückzukommen, war es natürlich am Anfang so, dass das Bett ankam und ich total aufgeregt war, weil endlich das neue Hundebett da war und ich das ausgepackt habe und hingelegt. Und ich so, yeah, guck mal Lexi, das neue Hundebett ist da. Und sie guckt mich so ein bisschen skeptisch an und geht schnurstracks in ihr altes Körbchen. Ja, und dann hast du dich erstmal reingelegt? Nee, dann habe ich sie da natürlich liegen lassen und dann habe ich aber die Betten ausgetauscht, also das neue dahingestellt, wovor das alte Körbchen stand und dann habe ich mich da mal selber so reingesetzt. Ernsthaft? Ja. Du hast da wirklich drin gesessen und war es bequem? Ja, der Witz ist, es gibt so eine Werbung für das Knuffel-Wuff-Hundebett, die ein bisschen albern ist, wo so ein bisschen aufgekratzte Musik läuft und auch wie bei uns tatsächlich dann dieses Hundebett mit der Post ankam und dieses Frauchen, das dann auspackt. Und der Hund sich da reinlegt. Und am Ende dieser Werbung liegt halt das Frauchen in diesem Körbchen. Ich kriege ja das jetzt immer bei YouTube, also ich kriege ja nur noch 100 Sachen an. Ja. Auf jeden Fall liegt dann am Ende der Werbung tatsächlich das Frauchen in dem Körbchen vom Hund. So nach dem Motto, haha, ist jetzt mein Bett. Und ich dachte beim ersten Mal sehen einfach so, was für eine dumme Werbung. Aber es ist wirklich bequem. Nee, ich habe mich dann da so reingesetzt und dann hat der Hund sich dazu gelegt. Und also long story long. Sehr, sehr long. Sie mag das, also sie mag ihr Knuffel-Wuff-Hundebett mittlerweile ganz gerne. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das gekauft haben. Man könnte denken, dass es zu groß für sie ist, aber sie muss sich ja auch in dem Körbchen, sie will sich ja nicht immer zusammenrollen, sie will sich auch mal ausstrecken und das passt perfekt. Ja, welches haben wir jetzt, das L? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich keiner. Also jedenfalls nicht so klein, wie der Hund ist. Nee, aber du willst ja auch nicht in einem Bett liegen, was genau gerade eben so groß ist wie du. Du willst dich ja auch mal nicht immer zusammenrollen, sondern auch mal ausstrecken. Wenn ich mich auch mal ausstrecken könnte, ja. Ausrollen. Ausrollen. Ja. Ja, insofern sind Antwort A, B und C. Achso, das alte Körbchen steht jetzt bei mir im Büro neben meinem Schreibtisch und da liegt sie dann auch sehr gerne drin, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und dann kann sie da in einem anderen Körbchen liegen. Es gab ja auch Menschen, die vermutet haben, sie würde sich in den Karton legen, in dem das Hundebett geliefert worden ist. Ja, aber sie ist keine Katze. Aber sie benimmt sich so. Wenn du immer sagst, sie sei eine Katze. Ich sage nicht, dass sie eine Katze ist. Sie ist nur, ich bin der Meinung, sie ist mit Katzen aufgewachsen und ist Katz-sozialisiert. Katz-sozialisiert. Ja, genau. Katz-sozialisiert. Katz-sozialisiert. Und benimmt sich deswegen manchmal wie eine Katze. Und deswegen finde ich auch vollkommen legitim, dass da ein Nicht-Jörn-Zweit-Account gesagt hat, wahrscheinlich hat sie sich in den Karton gelegt. Ja, es stimmt aber nicht. Aber dann mussten wir ja das Hundebett auch direkt verladen in unser Auto. Warum das denn, Jörn? Erzähl mir davon. Weil wir einen Auspflug gemacht haben. Einen Auspflug. Dann fahren wir nach La Böe, nach La Böe, dann fahren wir nach La Böe. Mit einem Hundekörbchen. Wir haben einen kleinen spontanen Kurzurlaub gemacht. Also ich habe mehr geurlaubt als du. Das stimmt. Ich habe gearbeitet. Ja, wir waren in Labö in einem Ferienhaus, in einer Ferienwohnung. Labö ist schön. Und vor allen Dingen war Labö mal wieder fertig. Oh ja. Und da saßen wir also in dieser Ferienwohnung, also 50 Meter vom Strand weg. Die war toll. Ja, wer hat sie ausgesucht? Die Geschi. Die Geschi, natürlich. Natürlich. Und ja, ich bin immer zum Arbeiten nach Kiel ins Funkhaus gefahren. Und du? Ich habe so gechillt, bin am Strand spazieren gegangen mit dem kleinen Hund. Habe Menschen getroffen. Ich hatte auch Geburtstag gehabt. Geburtstag? Ich hatte Geburtstag gehabt. Und es gab Kuchen. Natürlich. Von Restee. Französische Bäcker in Kiel. Man muss das immer dazu sagen, weil nicht alle Menschen, die Geschi, Schars, Fein, Podcast hören, sind ja so familiär mit Kiel verbunden. Nee, ne? Die kommen gar nicht alle aus Kiel. Nee, komischerweise. Aber wenn ihr mal in Kiel seid, geht auf jeden Fall zu Restee. Es gibt sehr leckeren Kuchen. Leider sind viele davon nicht vegetarisch, weil die sehr viel mit Gelatine arbeiten. Aber es gibt auch vegetarische Kuchen und leckere Schokokroissants und Croissants und alles wunderbar am Wilhelmplatz in Kiel. Das ist tatsächlich jetzt wieder so eine Aussage, die grenzwertig zur Werbung ist. Weil nämlich ein objektiver Beobachter eventuell den Eindruck bekommen könnte, dass hier eine verkaufsfördernde Aussage getroffen wurde. Also es ist okay zu sagen, der Kuchen von Restee ist lecker. Aber grenzwertig zu sagen, geht jetzt zu Restee und kauft euch da leckeren Kuchen. Ja, aber wenn ich das möchte, dass die Menschen das machen. Ich möchte das ja, weil ich weiß, dass die Menschen glücklich sein werden, wenn sie dort Kuchen essen. Und weil niemand bei Restee dich gut genug kennt, als dass er dir eine Gegenleistung für diese... Niemand, ich kenne die gar nicht, die Menschen. Und mutmaßlich... Sind das Franzosen eigentlich, weiß man das? Einer oder zwei. Und ich glaube, die haben auch einen französischen Austauschstudenten oder Werkstudenten, der da mithilft im Verkauf. Der immer die Gelatine rüberkleistern musste. Und es hat alles ein bisschen authentischer. Nein, ich habe, als ich neulich irgendwann, habe ich mir bei Restee ein Croissant geholt, weil ich da in der Gegend war. Croissant. Und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gerne ein Croissant. Und dann hat der mit einem starken französischen Akzent geantwortet, désereux. Hat mit einem französischen Akzent französisch gesprochen? Du hast, glaube ich, eher gerade mit einem deutschen Akzent französisch gesprochen. Vielleicht, das geht ein bisschen durcheinander in meinem Kopf. Das erinnert mich an eine Geschichte, wie Abby in Straßburg ein Baguette kaufen wollte. Ja, und wir haben minutenlang vor dem Laden geübt, was sie sagen müssen. Bonjour. Un Baguette, un Baguette, un Baguette. Wir kennen halt selber keinen Franz. Un Baguette, s'il vous plaît. Un Baguette, s'il vous plaît. Und sie ist komplett in Panik geraten und hat die Verkäuferin mit großen Augen angeguckt, wie ein weidwundes Reh auf der Landstraße, wenn man mit Fernlicht anleuchtet. Baguette! Hat funktioniert, sie hat ihr Baguette bekommen. Und sie war halt so aufgeregt vorhin. Super aufgeregt. Weil sie, glaube ich, war zum ersten Mal in Frankreich. Ja, ja. Und wollte halt unbedingt dieses Baguette kaufen. Oui, oui. Oui, oui. Ich möchte mich bei allen Franzosen und Französinnen in aller Form entschuldigen. Ja, zu Recht. Insbesondere bei der armen Frau in der Bäckerei. Ich meine jetzt hier mehr so für unser, das tut wahrscheinlich in den Ohren weh. Ach dieses, ja, ja, voll. Ja, ja. Ja, zurück zum Urlaub. Es war sehr schön, vor allem mit dem Hund auch. War wunderbar. Wir haben lange nicht über den Hund geredet. Der andere Urlaub. Nicht der vor vier Jahren. Ja, der mit Abby, das ist ja schon lange, nee, der letzte Woche. Der war nur vier Tage lang. Das ist viel zu kurz. Wie viel zu kurz denn? So drei, vier Monate zu kurz. Ich hätte gern so drei, vier Monate Urlaub. Sofort. Ja, schwierig. Auf einer einsamen Insel. Ohne Kontakt zu irgendwas. Ja. Benni empfiehlt dir Pellworm. Weil man keine Leute treffen möchte. Das ist mir nicht weit genug weg. Das haben wir doch besprochen. Und ich muss für Urlaub den Kirchenkreis verlassen. Ja, gut. Ja. Es ist halt schade, dass ich schon im schönsten Kirchenkreis der Welt wohne. Aber für Urlaub musste ich woanders hin. Okay. Gibt es noch mehr Themen für heute, die ich crashen kann? Ja, ach, nee, ich hatte dienstlich zu tun mit der Kultusministerkonferenz in Lübeck. Da bin ich hingefahren und da auch über Nacht geblieben. Und hatte tatsächlich ein ganz, ganz gutes Hotelzimmer. Sehr gutes Bett hatten die da. Aber lange nicht mehr. Doch, das ist ja, das ist ja nun mal entscheidend. Du fährst nach Lübeck zur KultusministerInnenkonferenz. Ja. Und das erste, wovon du erzählst, ist das Bett in deinem Hotelzimmer. Ja, weil ich echt gut geschlafen habe in diesem Bett. Okay, wir haben auch mit dem Hundebett angefangen. Vielleicht ist das einfach der rote Faden. Ein Jörnbett, bitte, bitte. Ein Jörnköpfchen. So. Ein Jörnchen. Nein, ich sage es nicht. Ein Hörnchen. Ja, und dann bin ich ja auch fast gestorben in diesem Hotel. Weil nämlich der Wasserkocher, der auf dem Zimmer stand, der war offensichtlich an. Also nicht, dass ich ihn eingeschaltet hätte oder dass da Wasser drin gewesen wäre. Aber ich saß an meinem Tisch, also Tag 1 der Kultusministerkonferenz, bla bla bla, Interviews gemacht, jihihi, haben alle schlaue Sachen gesagt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Beitrag schon mal vorbereitet, damit er dann am nächsten Tag mittags in der Sendung Campus und Karriere laufen kann. Und saß an meinem Schreibtisch abends und dann hat das neben mir immer so komisch geknackt. Und ich dachte, was knackt denn hier andauernd? Und dann dachte ich, hm, nicht, dass das der Wasserkocher ist und fasst den an. Und der war knalleheiß, weil der halt an war. Und da frage ich mich, wie kann das sein? A, dass der an war, denn ich habe ihn nicht eingeschaltet. Und B, dass der nicht irgendwann von alleine ausgeht. Wenn er offensichtlich heiß wird. So, und das Interessante finde ich ja, du hast mir die Geschichte ja schon erzählt. Man könnte ja jetzt davon ausgehen, wenn du das an der Rezeption da Bescheid sagst, dass die dann ungefähr so reagieren. Oh nein, das tut uns sehr leid. Wir werden uns sofort darum kümmern. Das muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. Vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist aber nicht passiert. In echt war die Reaktion so, ach, dann ist da jemand vom Housekeeping an den Schalter gekommen. Ja, das ist blöd. Ich sage denen, dass sie das nicht mehr machen sollen. Und ich so, aber das ist eine Brandgefahr. Der muss, also das ist gefährlich. Der muss ausgetauscht werden. Ja, ja, nee, dann machen wir das nicht mehr an. Also der bleibt da, der soll einfach nicht mehr angemacht werden. Also zumindest nicht ohne Absicht und nicht vom Personal, sondern von den Gästen, die einen Tee haben wollen. Ja, aber normalerweise geht ja ein Wasserkocher auch von alleine wieder aus. Eben. Das heißt, auch wenn die Gäste den anmachen, würde der näher unter Umständen anbleiben. Möglicherweise würde der anbleiben. Aber andererseits, wenn man das Zimmer verlässt, dann zieht man ja seine Schlüsselkarte aus diesem komischen Wanddingsbums und dann ist das ganze Zimmer stromlos. Dann ist es nicht so riskant. Hä, aber... Also in diesem Hotel ist es so, du kommst rein zur Zimmertür und dann ist rechts an der Wand so ein Dingsi, wo du deine Schlüsselkarte reinsteckst und erst dann geht das Licht an und der Fernseher... Ja gut, aber wenn dann der Wasserkocher ausgehen würde, dann wäre er ja auch ausgeblieben normalerweise. Aber er war ja trotzdem noch an. Na, er war so lange an, wie ich in dem Zimmer war. Und er wäre auch die ganze Nacht angeblieben. Ja, aber wenn die sagen, die waren das vom Housekeeping, dann haben die ja vorher das Zimmer verlassen. Der Strom war ja einmal aus. Ja. Das heißt ja, sobald du die Karte reingesteckt hast und der Strom wieder an war, war auch der Wasserkocher wieder an. Richtig. Auch das hätte nicht passieren dürfen. Nach meinem begrenzten Wasserkocherwissen jedenfalls. Aber es ist ja zum Glück gut gegangen. Zum Glück ist es gut gegangen. Ich bin nicht verstorben. Alles super. Ja, Beitrag war auch in Ordnung. Inhaltlich hat alles gestimmt. Tonqualität war nicht so gut. Ich saß in einem Hotel, in dem die Pressekonferenz stattfand. Die haben so eine Business Corner. Das ist halt so ein kleines Büro, wo man halt eine improvisierte Konferenz oder sowas abhalten kann. Lauter glatte Wände, viel Glas, klang halt wie in der Telefonzelle. Deswegen verlinke ich auch den Beitrag nicht, weil ich da audiomäßig überhaupt nicht stolz drauf bin. Ja, ein bisschen. Aber es war offensichtlich nicht so schlimm, dass jemand gesagt hätte, wir senden das nicht. Zumindest hat keiner bei mir Bescheid gesagt und gesagt, wir senden das nicht. Wie klingt das denn? Also scheint okay gewesen zu sein. Ja, wie ist denn sonst so beim Deutschlandfunk? Läuft? Ja, läuft. Ich recherchiere Sachen und muss viel mehr für die Landtagswahl machen. Das bleibt gerade alles so ein bisschen liegen, weil ich immer alles gleichzeitig machen möchte. Also gerade die aktuellen Sachen. Und jetzt geht es nächste Woche hauptsächlich wahrscheinlich um die Energiekrise. Weil nämlich einer der Bülsemer Krabbenfischer mich angerufen hat, um Bescheid zu sagen, so hier steht die halbe Flotte vor dem Aus, weil die Kraftstoffpreise inzwischen 60 bis 70 Prozent der Einnahmen auffressen. Und wir gar nicht mehr wissen, wie wir das alles noch bezahlen sollen. Das ist schlecht. Richtig. Das ist richtig schlecht. Vielleicht können die auf Elektroboote um? Nein. Nein, schade. Nein, diese Boote sind ja halt einfach arschteuer. Und das Problem an der Krabbenfischerei ist, dass die wirtschaftlichen Aussichten halt eher scheiße sind. Weil so Krabbenpreise, also für die Erzeuger, für die gehen die Preise halt nicht, sind nicht stabil genug. Und es gibt dann eben auch so Sachen, mal fängt man zu wenig und man verdient nichts, mal fängt man zu viel und der Handel nimmt nicht genug ab. Und am Ende kann man halt nicht ganz genau sagen, wie das wirtschaftlich sich entwickelt. Und deswegen hat man wenig Chancen auf den Kredit. Also ich habe vor einiger Zeit mit einem Fischer gesprochen, der würde eigentlich gerne in Rente gehen, findet aber niemanden, der sein Kutter kaufen kann. Und der hat zwar ein paar Interessenten, die auch Bock haben und die auch qualifiziert sind, die kriegen aber keinen Kredit, um den Kutter zu kaufen. Vielleicht sollten wir doch einfach aufhören, Tiere zu essen. Ja, dann gäbe es auch wieder mehr Tiere. Ja, wahrscheinlich gäbe es weniger Tiere, weil es dann keine Nutztiere mehr gibt. Achso, ich dachte jetzt an Fisch. Ja, in so allgemein. Esst weniger Tiere, am besten gar keine. Genau. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, die Seite Podchaser. Das ist eine Seite, die ist angetreten, um eine Mischung zu sein aus IMDb und Social Network für Podcasting. IM was? IMDb, International Movie Database. Wenn du was über einen Film wissen möchtest, wer da mitgespielt hat, wer die Regie geführt hat und so weiter, dann guckst du da nach. Sehr schön, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das nicht wusste. Ja, das ist ja auch gut. Immer vom dümmsten anzunehmenden Hörer ausgehen, Hörerin. Hallo Gesche, schön, dass du da bist. Ja, das ist praktisch. Ja, und da habe ich jetzt also ein paar Podcasts angelegt, die hier in der Casa Schasa entstanden sind, beziehungsweise die Podcasts waren schon da. Ja, was man aber machen kann, ist, dass man da eben das Personal sozusagen einfügt. Und das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, weil es halt immer durch so einen Abnahmeprozess laufen muss. Also keine Ahnung, die haben dann bestimmte Regeln, wie das Foto sein muss. Und da muss man dann noch irgendwie was korrigieren. Dann dauert das halt mindestens 24 Stunden, bis das Profil dann wirklich auch online ist. Und dann muss man das halt auch den Podcasts zuweisen. Da kann man halt sagen, was weiß ich, Gesche ist eben Host von Übergewicht Podcast oder von Natürlich SH. Und dann dauert auch diese Zuweisung wieder eine Zeit, bis das dann auftaucht. Und das fand ich so, finde ich so ein bisschen schwierig. Da habe ich so ein bisschen Kniffligkeiten mit. Allerdings kriegt man dann auch schon, das ist dann wieder das Gute, wenn man auf der Suche nach Beteiligung von einigen Leuten ist, dann kriegt man so Vorschläge, wenn der Name in den Shownotes einer Episode auftaucht zum Beispiel. Und für mein Creator-Profil sind jetzt auch schon ohne mein Zutun Verlinkungen aufgetaucht, zum Beispiel bei den Sachen des Deutschlandfunks. Wenn da mein Name in der Autorenschaft steht, dann bin ich da automatisch als Gast eingetragen. Die Frage, die sich mir stellt, ist jetzt halt, wie viel Aufwand man da reinstecken möchte. Also wenn wir jetzt sagen, für Natürlich SH zum Beispiel, wollen wir da jeden einzelnen Gast dort als Creator in diesem Verzeichnis anlegen, wenn der vielleicht nur einmal da auftaucht. Das macht ja nicht so viel Sinn. Das macht nämlich überhaupt nicht so viel Sinn. Aber wenn jemand sowieso einen Podcast macht und der auch mal bei uns zu Gast ist oder so, dann könnte man das zum Beispiel machen. Das wäre so meine Idee. Aber mein innerer Monk sagt, es ist ein riesiger Kaninchenbau und das muss man auf jeden Fall machen. Deswegen versuche ich mich da gerade so ein bisschen zu disziplinieren, dass ich genau das nicht mache. So, das war noch das, was ich über Podchaser erzählen wollte. Fällt dir da noch irgendwas hundebezogenes zu ein? Ich höre gerade einen Podcast. Ich schäme mich dafür. Aber ich stehe auch dazu. Es ist beides. Martin Rütter, tierisch-menschlich oder menschlich, nein, tierisch-menschlich. Ja, ich weiß nicht, ob man den da auch findet im Podchase-Ding. Wie heißt der? Tierisch-menschlich. Nee, menschlich ohne V. Menschlich ohne V. Doch, wie man spricht. Tierisch-menschlich. Das V ist stumm. Siehst du, das ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Man findet den Podcast und man findet auch die ganzen Episoden. Und einige haben den auch schon bewertet. Aber was man halt nicht findet, ist Creators and Guests. Also, Martin Rütter hat kein Profil bei Podchaser. Der ist auch kein Podcaster im eigentlichen Sinne. Ja, aber er ist ja trotzdem da ein Host. Und man könnte also sagen, man legt den jetzt da an, damit dann das vollständig ist. Ja. So, ich habe diesen Podcast angefangen natürlich zu hören wegen Hundethemen. Und man kann geteilte Meinungen über Martin Rütter haben. Ich habe manchmal so einen Impuls, ich möchte zu jeder Folge davon so eine Nachbesprechungsfolge selber aufnehmen und das kommentieren. Mache ich aber nicht. Aber du guckst mich so komisch an. Ich höre dir zu, das ist mein Zuhörgesicht. Ach, das ist dein, das kenne ich gar nicht. Was? So siehst du aus, wenn du zuhörst. Was? Tatsächlich, okay. Ich habe mich komplett aus dem Konzept gebracht. Macht Martin Rütter diesen Podcast gemeinsam mit Katharina Adik. Das steht da, ja. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und ich bin, also Martin Rütter hin oder her, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen Katharina Adik-Fangirl geworden. Du bist Addicted? Ich bin Katharina Addicted. Sie ist sehr klug und sympathisch und ich finde die super. Sie hat einen Twitter-Account, der sehr wenig Follower hat und sie retweetet eigentlich nur. Ich würde gerne so einen Aufruf machen, Katharina Adik bei Twitter zu folgen, in der Hoffnung, wenn sie sehr viele Follower bekommt, dass sie dann auch mehr eigene Tweets tweetet. So nennt man das. So nennt man das. Tweets tweeten. Tweets tweeten. Ja, man tweetet Tweets. Bei Twitter. Ja, schön. Ja, ich bin Fan. Ja. Und der Podcast hat auch ein sehr schönes Titel-Lied. Der ist schon älter, aber ich habe, also der Podcast läuft seit einem Jahr oder so, seit einem guten Jahr. Ich habe den aber jetzt erst entdeckt und binche das so krass durch gerade. Und habe einfach dieses Titel-Lied als Daueruhrwurm. Du Arme. Ja, aber das ist auch schön. Ja, das war's. Das war's. Sehr gut. Ich war noch auf dem Golfplatz, fällt mir gerade ein. Nein. Ja, ich hatte ja, also sowohl gestern als auch heute habe ich neun Löcher auf dem Golfplatz gespielt. Was? Hesse was? Und das war sehr gut. Gestern war ich allein unterwegs. Heute habe ich mich einer Gruppe angeschlossen und das war in beiden Fällen sehr nett. Einmal alleine unterwegs zu sein, mag ich ja immer sehr gerne. Hände ich mal Ruhe, ne? Ja. Keiner, der dir immer reinlabert. Nee, genau. Der ein Konzept unterbricht. Furchtbar. Immer nur über Hunde reden will. Ganz, ganz toll. Ich liebe es, alleine zu sein. Ich liebe dich auch. Achso, ja, 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 voll. Und heute war es halt einfach eine sehr gut gelaunte Gruppe von Leuten, die auch deutlich älter waren als ich. Wir haben schönes Golf gespielt, haben uns nett unterhalten. Können Sie die Jungen fühlen? Ich habe mich mal wieder jung gefühlt. Ich war die ganze Zeit der junge Mann, weil sich keiner meinen Namen merken konnte. Oh, lass mal den jungen Mann hier zuhören. So ähnlich war es. Aber nee, war schön und lief ganz gut. Insbesondere heute habe ich ein paar sehr gute Schläge hinbekommen. So lange, bis ich gedacht habe, Mensch, das läuft ja richtig gut heute. Und dann war es vorbei. Dann ging irgendwie gar nichts mehr. Aber das ist halt, so ist halt Golf. Du sollst den Jörn nicht vor dem neunten Loch loben, wie er ein altes Sprichwort schon sagt. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass ich habe immer noch keinen guten Schlusssatz. Früher habe ich immer Horst Seehofer den Rücktritt gewünscht. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich eine Episode beenden soll. Können wir einfach nochmal sagen, dass ihr alle weniger tote Tiere essen solltet? Also Tiere, auch keine lebendigen? Einfach, das ist nicht so dein Thema, ne? Selten. Wegen Döner auch. Richtig. Du könntest hier häufiger Veggie-Döner holen. Abgesehen davon sind wir der Meinung, dass Jörn häufiger seinen Fleischdöner gegen einen vegetarischen Döner austauschen sollte. Wir. Bis das passiert oder bis eine neue Folge von Gesche Schaß beim Podcast erscheint, wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Man könnte meinen, du hörst ab und zu meinen Podcast. Du machst das richtig gut. Tschüssi. Tschüss.